hallo und herzlich willkommen zurück ja zu den langen tag ahoy so dann würde ich sagen pushen wir mal unseren loot wieder auf hier schön ausstemmen ich hoffe wir haben ein wirkliches Bett das wird wirklich im Bett obwohl Leder ich wundere, ob ich diese Geräte verabschieden kann diese folie bleibt bei dir die verschwörungstheorien die lichter kommen immer und immer wieder zurück es hört nie auf nicht seit dieser ersten nacht und die wölfe verhalten sich sehr merkwürdig das muss irgendwas mit schwarzfels zu tun haben aber ich weiß es nicht genau es ist alles verschwommen ich träume immer wieder vom meer wie ich wieder auf dem wasser bin ich sehe mich selbst den berg hinab stürzen aber ich kann es nicht aufhalten der fluss verschlingt mich ich hätte nie hier bleiben sollen nachdem ich rausgekommen bin es war wie ein großes loch und jetzt sitze ich am rand und starre hinein nach unten wo ich schon war wie der arzt damals gesagt hat einfach weiter schreiben so lange du schreibst atmest du noch auf jeden Fall hard times das ist ein normales Buch wollen wir nicht aber ein Bett ist ab f*** dich was haben wir hier Entlassungsprotokoll von Schwarzfels, medizinische Beurteilung Insasse 5627, Zusammenfassung für Geschäftsführung, deutliche Belege für Traumata vor und nach der Inhaftierung, spiralförmige Brüche des Oberarmknochens im Beinarm, Schienen an Wirbelsäulen und Ligamentum, radiologische Untersuchungen ergaben mehrere ausgekugelte Schultern. Äh, mehrere? Ich kann doch nur zwei. Patient klagt über postkommotionelles Syndrom, empfohlene Beurteilung im Hinblick auf Kriterien der mitfühlenden Freilassung, Hintergründe siehe, Insassenverlauf, psychologische Untersuchungen ergab ein sehr geringes Risiko für Rückfallkriminalität. Mit freundlich grüßen, medizinisches Komitee des Bundesgefängnisses Schwarzfels. Auf jeden Fall, kein Risiko. Excellent. Jetzt werde ich sowas von, also bevor wir da hinkommen, äh, speichere ich vorher, wenn wir dann in unsere Haube kommen und Sachen abluten können, super, wenn nicht, dann geht das woanders irgendwo hin. Können die voll quiten, dass ich mir den Loot wegnehmen lasse. Ja, ja, ich weiß, wir sind voll, ist mir egal. Lampfuel, ich kann das benutzen. Oh, nette Taschen, dann brauchen wir da nicht. Und mehr hängt hier jetzt nicht. Wir können ja nochmal gucken. Ah ja, mehr haben wir nicht. Dann gehen wir jetzt mal hier hin. Klamotis. Aktion. Zerügen. Und. Zerügen. So. Ah, wunderbar. Gut, dann nehmen wir die Sampe. Ah, die passt natürlich alles. Machen die jetzt einmal voll. Da. Gut, nicht massiv viel, aber was soll's. Alles klar. Ähm, denn. Einmal noch hier. Ablenken. Ablenken. Ist 33. War ja nicht im Bett. Sieben. Zehn. Schlafen. So, essen, trinken, alles gut. Das passt noch. So. Erstmal was trinken. Ja, ich weiß, es ist dunkel. Aber. Ist erstmal egal. Hä? Achso. Wir hatten die ja schon noch an der Hand. Gut. Und was haben wir jetzt? 37. Na ja. Geht. Auf jeden Fall sind wir ausgeruht. Das ist erstmals wichtig. Gut. Wir haben alles. Ähm. Ja. Hauen wir ab hier, ne? Zettel sind hier keine. Hier haben wir auch alles gemopst. Ja, holz lassen wir jetzt auch hier. Und den Tchuskowski. Ja. Und guck mal, wir sind da gar nicht überladen. Ja, ich hab mal das Holz mitnehmen können. Aber gut. Sei es drum. Geben wir gleich wieder über die Brücke. Speichern da hinten. Und dann gehen wir zum Gefängnis. Äh. Sehr. Gut, dass hier diese Abflüssen gibt. Ey. Ich würde da fluchen. Also schon mich gerne überlaufen, ja? Aber wenn ich mehrmals wirklich den ein und denselben Weg laufen muss. Dann werde ich bockig. Und das nervt auch immer ein bisschen. Aber wen sag ich das? Das kennt ihr wahrscheinlich alles selber. Da muss ich niemandem erzählen. Auch wenn ich trotzdem tue. auch wenn ich dann. Ach so. Ich bin... Ich bin... Ich bin... Du hast dir gemacht. Du sollst nicht essen. Lass uns da vorne. Lass uns sagen, ob ich da mal jetzt nicht bin, ich bin hier noch falsch gelaufen. Nee, da vorne. Und da dürfen wir die Brücke haben. Ey, wunderbar. So, wir haben zwar jetzt keine, ich nenne es mal Donnerwüchsen. Auch wenn das nicht die wirkliche Brief dafür ist. Boah, Krassmacher. Ja, Krassmacher, so weiß ich nicht ob ich auch. Da haben wir zwar jetzt keine mehr, aber ich glaube, so viele Würfel werden jetzt auch nicht mehr ankommen. Und wenn, dann haben wir ja immer noch unseren Schießeisen hier. Ich glaube, das ist richtig. Ja. Die muss jetzt die links kommen. Die Straße. Und dann haben wir es gleich. Und wie gesagt. Und wie gesagt. Ich glaube, ich bin wetten, Donnerwüchsen wird uns da schon begrüßen. Hm. Aber ich frage mich, wie das ist bei Episode 5 denn. Und eigentlich könnten die im Wicker sicher denken, dass wir alle natürlich unseren Loot wegpacken. Ist klar. Ja. Warum bei uns behalten, wenn die knackig sind, bekanntlich ja schon die Klamotten klauen. Ja, dann würde jeder seine Klamotten weglegen. Und ja, dann müssten sie theoretisch mit übernommen werden. Theoretisch. Natürlich. Ja, ja. Entschuldigung. Ich hoffe, die haben das nicht gehört. Ich glaube, man. Hm. Hm. Das könnte auch ein bisschen schneller gehen. So. Rein theoretisch dürften die knackig sind ja nicht. Weil ich vorne gehen wir schon rein. Jetzt bin ich gespannt. Ah. Wunderbar. Gut. Aha. Ablegen. 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 Der ist getrocknet. Ablegen. Ey, packen jetzt nicht alles weg. Von daher. Und hier. Essen und trinken. Ein bisschen passt noch. Ein bisschen passt noch. Ey, erstmal trinken wir später. Okay. Dann. Geh wir weg. Du weg. Du weg. Du weg. Du weg. Du weg. Du weg. Mach mal so. Ne. So. So. Es sind noch nicht. Klamotten. Zehn Kilo. Kriegen wir mal hin. Das war die ganzen wichtigen Sachen. Gut. Eigentlich ist alles wichtig. So. Haben wir noch 2 Kilo. Nein. So. Und der ist voll. So. Dann trinken wir einen Schluck. Das Quatsch ist, was wir jetzt hätten essen sollen. Dann trinken wir einen Schluck. So. Na gut. Das hat jetzt auch nicht so viel gemacht. So. Äh. Erstmal. Und voll. Ist alles natürlich nicht so geil. Denn würde ich sagen. Hier. Abregen. 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 Hat mir nicht 2. 0 Kilo. Den speichern wir. was wir im geraden vergessen haben wenn die und hier war das hätten so ein problem da werden alle aufgaben doch alle weg mehr dürfen wir nicht haben die war ja die hülle theoretisch könnten wir jetzt noch nichts machen den wolfsmantel aber offenbar dass wir in episode 5 die materialien noch haben so pilot did you finish the job i found the detonators so So, here we are again. Ja, wir müssen uns so stoppen, wie das. Ich, mit einem Schrauch, du, mit einem Schrauch. Das Problem, Pilot, ist, dass du immer mit mir leidst. Ich weiß nicht, was du meinst. Ich weiß nicht, das ist genau das Kind, das mich auf. Erstens, du sagst, nicht zu wissen, was der Fall ist. Ich wirklich nicht. Dann, du sagst, nach meiner Seite, purposely versuchen, zu messen meine Pläne zu machen. Mit einem Accomplissen. Mathis, ich... Shut your mouth! All I hear are lies. I know everything. You monster. He didn't do anything. I know. He was so innocent. Just one of the good guys. But he sang like a bird when we laid into him. He couldn't give you and your friend up quickly enough. I know about your pathetic activities to slow me down, McKenzie. He... He makes me laugh because the only reason I kept you alive was I thought you could fly us out of here. Back to the mainland. But I'm starting to understand that here, here, we can be kings. Back there is nothing but fire and cold. The old world. My crew and I, we're gonna rule Great Bear. Nobody can stop us. Not you, not your friend, nothing. We aren't going anywhere. So you've outlived your usefulness to me, Violet. And when I'm done with you, I'm going after your little helper. Whoa. Swing out. Heh heh. Nimm den Knüppel Ja, keine Ahnung, nimm den Knüppel Natürlich nimmt er nicht den Knüppel Natürlich nimmt er nicht die Lampe Und auch nicht das Buch Alter, Schwede Ah, okay Da müssen wir die dann Okay, kommen wir in den Link so rein Oh, wir haben wieder einen Verband Das war ein Streichholzer, das war das What happened? Die Detonatoren, die blüht zu early Something happened, the guys fucked it up So schnell, ein Königreich I suppose you're pleased with yourself You better hope nothing's happened to my Greetings convicts, assholes This is your friendly neighborhood Good prison hacker checking in to say It's lockdown time Okay 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 And we need for life Sure Oh Ich hoffe, ich kann es verstehen. Ich sehe nämlich recht wenig. Erstmal gucken, ne? Da ist nur Feuer. Na, ich steig ja nicht weg. Scheiße! Hä? 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 Hab die dann aufgenommen? Hä? 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 jetzt bitte wieder müssen doch noch sehr schön jetzt da muss doch irgendwo vom teil sein er hat sich das immer da da kommen wir links wollen Da haben wir nichts Da kommen wir nicht durch Es muss hier irgendwo sein Ah hier Hä? Ne Scheiße, doch Hä? Oh ey, das ist so schon schwer zu sehen Boah, den machen die sich noch super schön Na gut, da müssen wir halt noch ein bisschen schneller laufen Nein, Quatsch Uh, das schaffen wir Leute Ja, trinken wir hin Oh 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 müssen wir eigentlich auch nichts finden, erstmal haben wir sicherlich alles hier durchsucht. Da ist der Koffer. Da ist noch mal raus. Wir sind von hier übergekommen. Ja gut, den gehen wir. Gut. Machen wir gleich andersrum. Passt ja. Neu. Mhm. Geht ja gut ab da drunten. Ich könnte das benutzen. Das Problem ist nur, wir haben echt fünf geduld zu Hause. Vielleicht, wir haben ein Problem. Jetzt kümmen wir nicht alles weg. So much trouble. Mhm. Hm? Ich bin hier. Du hast es in der Koffer. Sehr gut. Du solltest das, was du brauchst, und raus raus. Quick. Du hast das Explosion? Ich könnte es ein bisschen nötig haben. Aber die Idiot-Konvicten haben es sich selbst gemacht. Die P.A. und Lockdown, das war alles für mich. Ich habe das Problem. Okay. Warte mal. Okay, hier sind wir. Koffer. Kordon's office. Okay, so. End of the hallway you just came out of. Take it. You'll end up on the roof. Cross over the building and you'll find a fire escape thingy. Come down there. And you should recognize where you are. I'll meet you at the power plant. I can see lights in the prison yard. Fire. You'd better hurry. The whole security system has gone haywire. And I have no idea how long the lockdown will last. Mathis and Donner could be after you in a minute. Go, go, go. Got to move. Tor. Don't let him slip. No. Don't let him slip. Don't let him slip. Find him. Don't let him get part. Not Tor. Don't let him slip. No. Find him. Ich würde aber gerne nochmal Loot haben. Ich kann nicht so weit weg. Was? Was? Neh, oder? Neh, oder? Okay. Das ist gut, Elon. Hä? Hä? Ok. Das hätte ich fast glauben. Hä? 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 Ach, der scheißTyp ein Gewehr? Vino! Don't let him slay the room! Wunderbar! Vino, find him! Don't let him slay the room! Find him over here! He's out there! Bitt ich dich! Jo, kann ich. He's out there! Feuer! Take his head off! Put the light on him! It's not the right way. Nee, Bruder. Aber das ist mein Lut! You can't run! He's getting away! Bastard! If you let him go... He's out there! Scheiße! Unser ganzer Lut! Ja, das heißt aber unser ganzer Lut ist schon wieder weg. Vamos live! Headsom! Und jetzt kommen ihn Governement zu. Wie ist sie? So, da kommen wir nicht lang. Theoretisch... ...hätten wir auch versuchen können, den Loot hier irgendwo in eine Kiste zu fahren. Nääääh... Doch! Denk ich mal. ... 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